moin moin auf geht's ab geht's hier schöne neue runde goldnackets suchen ist auf der map hier mega einfach ihr findet die ersten zehn stück auf einem haufen hinten am silo der werden wir jetzt auch mal kurz hingehen und dann sagen wir die zehn stück ein und dann seht ihr auch schon die anderen 90 stück auf der mini map in diesem sinne viel spaß euch macht's gut